So, und da sind wir wieder bei The Walking Dead und wir sollen uns jetzt ein bisschen umschauen. So, according to Bree, fuel is at the maintenance shed. Medicine might be at the nurses office. And a battery would probably be at the auto shop out through here. Hmm. Bree said the entrance to the auto shop was in the alleyway by this fire escape. Na gut. Nothing but crayons and construction paper. The Georgia State flag. A lot of history there. Not that it matters much now, I guess. Hopscotch. Auch ein sehr schönes Spiel. No power, no TV. Might come back for these later. Any reading material would be nice once we get on that boat. Creepy. Hm. Ich mag auch keine Puppen. Hey, you need any help with that? Thanks, I got it. Just once, I'd like to do something useful, you know? You're plenty useful. Huh. Yeah, right. Seems like all I ever do is get us into trouble. Well, I'll let you get on with it. No, wait. There is something you can help me with. Something that's been on my mind. I could use your opinion. What is it? It's Kenny. Since I've been helping him work on the boat, I've gotten to know him a little better. He's a good guy, you know? And it's eating me up knowing what I know. I've been thinking about telling him the truth. Ben, come on. This again? It's my fault Duck and Katja got killed. If I hadn't screwed up back at the motor inn, they'd still be alive. How am I supposed to just carry something like that around? I have to tell him. Ben, no offense, but have you lost your motherfucking mind? Kenny's barely hanging on. You tell him you're the blame? I don't even want to think about what he might do. I know. I've thought about that. But I don't know how much longer I can keep looking him in the eye. I feel like I'm lying to him by not telling him. I'm telling you, man, it's a bad idea. Real, real bad. Hey, maybe you're okay walking around with somebody's blood on your hands, but that's not who I am. I can't just pretend it never happened. Look, we need Kenny. We need him to hold his shit together if we're ever gonna get out of here. So you need to keep this to yourself. For the good of everyone. You hear me? I hear you. I'm gonna get back to this. Es wäre wirklich keine gute Idee. Looks like they had quite a system here. Crawford's final solution. Hmm. Hmm. You okay, Clem? Yeah. This desk is just like the ones we have in my school. I know it's weird, but I kinda miss it. Being in school. Me too. I used to be a teacher, remember? Tell you what. When we find ourselves a safe place, set up a little classroom. Just you and me. Will there be homework? No homework. Do you think things will ever be normal again? Just like the way they were before? Yeah. It may take a while, but yeah. I do. Don't you? I hope so. That's good. You hold on to that hope. It's the one thing never this can take away. Okay. Wir müssen Clementine immer so ein bisschen Mut machen, weil... Mut ist das einzige, was man auch hat. Just a bunch of paste. I have to wonder what's going on in the rest of the world. Tja, das würde mich auch mal interessieren. Tja, wenn man irgendwie auf andere Kontinente käme, wo vielleicht nichts derartiges los ist, aber man weiß ja nicht. Hm. Must be the guy who ran this place. Looks like he figured himself as some kind of supreme leader. Tja, das könnte sein. Aber anscheinend hat das System ja nicht so gut funktioniert. Nothing in there. The alleyway to the auto shops down here. You coming or not? Ich muss mich da erstmal umschauen. This must be the way to the playground, where Bree said the fuel was being stored. Hasn't been much time yet. I'd better let Bree and Kenny do their thing. Locked. Didn't need to use the bathroom anyway. We've already been fired. They're worthless. Tja, schade. Geht's hier weiter? Hier geht's auch noch weiter, das heißt wir gehen erstmal hier lang. Hm. Okay. Das heißt, hier machen die sich zu schaffen. Okay. Das heißt, hier machen die sich zu schaffen. Da ist auch ein rotes X an der Tür. Gehen wir mal zum Exit. This must be the door to the alleyway, where the auto shop is. But where the hell is Molly? Molly. You out here? Guess I'm not going that way. Wir schauen mal hier lang. Hier hinter. Auto shop must be down this way. Hier hinten ging's da auch noch lang, oder hab ich das jetzt falsch gesehen? Nee, hab ich falsch gesehen. Okay. Gehen wir mal dahinter. Okay. Well, climbing the fence isn't an option. Hmm. Damn. Ich fürchte nicht, dass es halten wird. Na, oder doch? Verdammt. Es ist ganz tief. Hm. Better not get too close. Oh. Lege ihn. Er ist meine. Wo bist du schon? Molly? Molly! Was? Ich glaube, du hast ihn. Eine weitere! Er hat eine Medikation. Ein Kind von Wissenschaftler oder Doktor vielleicht? Ja, also... Er ist jetzt nicht scheiße! Hast du uns einen Weg in gefunden? Ja, aber die Geräge-Door ist jammed. Man kann es nicht aufbauen. Nicht ein Problem. Schau, was ich gefunden habe. Oh, ja. Das funktioniert. Und ab jetzt sollten wir uns beeilen. Ich meine, man hätte sich ja auch schon vorher beeilen können, aber... Naja. Oh, ja. 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 Hm, das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Was weiß ich nicht. Ich kann es nicht um dort heres abkommen. Jetzt weiß ich nicht. Oh, ja. Oh, ja. Esuvre Uniongone wegen St pararmodus. Daessen zu Einnel an die Große muss man aus. Vilagtigung mehr gegen Crawfords-Rumlet? Wie? Eben sca�� Nein? Ja. Ich radius will. Also in das Auto kommen wir wohl nicht dran? Ich kann sehen, wo die Batterie sein sollte, aber es ist nicht. Perfekt. Da hinten ist wohl nichts. Tja, wenn wir nur dran kämen. Tja, was machen wir, wenn wir keinen Strom haben? Das ist durchaus schlecht. Tja, was ihr braucht? he came at me up on that rooftop tried to take a bite at me so I took care of business what you got a problem with me killing geeks No it just seemed like you went to town on him a little more than you needed to hey you never really know when those things are all the way dead I was just making sure look you want to get this battery or not times wasting they can borrow that hook thing of Das könnte funktionieren. Jetzt müsste das Auto langsamer runterkommen. Genau. Oder auch nicht. Das ist wahrscheinlich nicht gut. Keine Scheiße! Ich versuche, ihn auszuhalten. Hör auf! Da ist die Batterie. Endlich geht's gut. Ja, dann... Ich versuche, ihn auszuhalten. Das läuft eigentlich ganz gut soweit. Assassin's Creed auf jeden Fall. Hör auf! Was bist du? Chicken? Hör auf! Ich kann es nicht. Es ist zu weit. Ich versuche, ihn auszuhalten. 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 Es ist zu weit. Wir könnten nochmal gucken, aber anscheinend nicht. Gut. Ich glaube, Molly ist weg. Und manchmal funktioniert das mit der Übersetzung auch nicht so. Jetzt ist zum Beispiel die Übersetzung wieder aus. Okay, auch nicht schlecht. Oh. Die Tür werden nicht all den Weg veröffentlicht. Lade, mach was! Rass die Tür mit was! Entschuldigung, ich habe eben rausgeklickt aus dem Fenster. Das wird nicht lange halten, Freunde. Das wird nicht lange halten. Hm. Also besonders nett ist sie nicht. Besonders nett ist die nicht. Aber gut, das können wir uns ja für später merken. Es gibt sicherlich noch Situationen, wo sie sicherlich denkt, sie hätte besser mal nett sein sollen. Was haben wir noch nicht? Wir haben bereits die Kohle und die Batterie. Once wir finden eine Medizin, wir sind gut zu gehen. Also, wo ist diese Batterie, du findest? Molly hat es. Sie hat es zu tun, um etwas zu tun. Well, sie hätte besser es zurückgebracht. Ich weiß nicht, warum du diese Mädchen mit ihr glaubst. Wir kennen sie gar nicht. Sie hat deine Leben geholfen, nicht wahr? Ja, aber was hat sie gemacht für mich? Hm. Ja, hier drin gibt es nicht mehr viel so zu machen, ne? Wie ist es denn eigentlich mit Vernon? Und der Medizin? All das werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge erfahren. Bis dahin.